Hallo meine Damen und Herren und willkommen zurück zu Kaiser Mario 64. Wir sind stehen geblieben, da haben wir einen Pinguin richtig abgehängt. Also richtig heftig, so. Naja. Auf jeden Fall geht es jetzt um rote Münzen an Eis. Hm, rote Münzen an Eis. Hm, nein. Nicht rote Münzen an Eis, nein. Das will ich doch gar nicht. Und warum zur Hölle kommt da Feuer raus? Was ist das für ein Sinn? Hä? Ergibt für mich keinen Sinn. Um es mal so zu sagen. Oh. So, die Frage ist nur. Wo sind die roten Münzen? Wo sind die roten Münzen? Winston, wo sind die roten Münzen? Wo sind sie nur hin? Was ist das? Du bist viel zu schnell, Mario. Warte. Ich sehe deine roten Münzen, glaube ich. Boah, wo ist die denn? Also hier ist es auf jeden Schatten. Da ist ein Schatten. Hier ist ein Schatten. Und über dem Schatten müsste irgendwo eine rote Münze sein. Bin ich mir relativ sicher. Oh, nö. Was machst du denn da oben, Digga? Guck mal runter. Und da unten ist... Was? Hä? Wie komme ich denn da dran? Leute! Hallo? Da unten ist eine rote Münze. Die sehe ich ganz deutlich. Aber viel zur Hölle soll ich... Das ist auch eine. Alter! Ich werde nie rote Münzen in diesem Kaiser Mario finden. Nein, nie! Scheiße, was mache ich denn? Warum speichere ich denn gerade in diesem Augenblick? Ah, das geht sogar. Alter, come on! Come on, baby! Und nochmal. Gerade hast du noch geklappt. Boah. Jetzt hätte es klappen können. Bin ich richtig gesprungen. Und nochmal. Und weil es so schön war, noch einmal. Ich darf nicht so weit springen. Ich muss eher... eher langsamer. Eher langsamer. Scheiße. Nein! Und nochmal. Yay! Bam! Gegen die nächste Wand. Und bam! Gegen die nächste Wand. Und bam! Yeah, 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 yeah! Das ist perfekt. Das ist nicht perfekt. Nein! Das ist doch... Das ist aber wunderbar. Das ist super gewesen. Eine rote Münze. Wiu! Okay, ich kann das mit der rote Münze noch nicht machen. Weil ich sehe, da hinten ist gerade so eine rote Kiste. Tschüssi, Kowski, Leute. Ich verabschiede mich aus diesem Level. Warte, wir haben noch 10 Sterne. Ist das nicht so... Ja, das ist so. Bei 10 Sternen kann man nämlich diese Kappen-Dings muss machen. Dann probiere ich das gleich auch mal. Schnell nach oben gucken. Schnell, 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 schnell. Oh, yeah. Welcome to the Wing Cap course. Step on the red switch at the top of the tower in the center of the rainbow ring. When you trigger the switch out of the red blocks, you'll find will become solid. Try out the Wing Cap to the triple jump to take off and press Z to land. Pull back on the control stick to go up and push forward to nose down, just as you would when you fly in an airplane. Okay, das war schon mal kompletter Schwachsinn. Oh, Mann, Alter. Alter, nein, 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 nein. Dafuk. Ich mach's noch mal. Meine Fresse. Okay, jetzt aber, komm. Es wird schon wieder zu schnell. Nein. Alter. Nein. Eins, zwei. Und ich will doch gar nicht nach oben fliegen. Ich will doch einfach nach unten fliegen. Aber Mario fliegt die ganze Zeit nach... hin und her und... und hat voll Spaß. Ja, 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 ja. Nein. 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 Scheiße, ich will hier... What the f... Oh, gerettet. You've stepped on the wing cap switch. Wearing the wing cap, you can source through the sky. Now wing caps will pop out of all red blocks you find. Would you like to save? Yes. Thank you. Okay, wo ist der Stern, da ist der Stern. Und wir haben die wing cap und den roten München-Stern aus diesem Level auch geholt. Save and continue. Und jetzt hauen wir mal vor diesem Feuer hier ab. Und jetzt gehen wir mal woanders hin. Nein. Wir haben die wing cap. Gab's? Ich hab echt keinen Bock auf rote Münzen. Wir können doch jetzt mit der wing cap, können wir, falls ich mich irre, jetzt hier reingehen oder nicht. Weil die wing cap ist ja jetzt sozusagen sichtbar. Also die Kisten davon. Und hier landen wir doch auf einer wing cap Kiste. Ne, warte, das war nicht hier, oder? Ne, das war woanders. Das war der andere Kuss, ganz sicher. Ja, wie gesagt, das war der andere Kuss. Okay, machen wir da noch einen Kuss. Da war das. Ja, ja, ganz sicher. Da wollte ich heute nicht rein. Chip of Worms Block. Flamethrowers, heights, and red cones within death's grip. Bigger chance of Worms fortress. Okay. Ach. Hier gibt's schon... Ach. Hallo, was geht denn? Hater Fug. Weehoo! Ja, ja, perfekt, Alter. Genau das wollte ich eigentlich nicht, aber es hat geklappt. Yay, die Pflanzen sind weg, was Positives. Yay, der Stapir ist weg, was Negatives. Willst du dich eigentlich verarschen? Ähm... 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 Willst du mir sagen, ich kann da so hoch? Warte. Wie... Was? Zu Hölle verlangt ihr jetzt von mir? Ich verstehe es nicht. Eins, zwei, drei. Und dann so hoch. Ah, okay, das verlangt ihr von mir. Hey, was up, man? What's up? It makes me so mad. We build our higher houses, your casters. We pave your roads and still you walk all over us. Meine Nase juckt wieder. Alter, wenn ich mit dieser Stimme rede, dann juckt meine Nase wie sonst was. Boah. Do you ever say thank you? No. Well, you're not going to wipe your feet on me. I think I'll crush crush you just for fun. Do you have a problem with that? Just try to pump me, wimp. Ha 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 ha. Yeah, go. Bang. Bang. Bangity-bang. You suck a bang bang, bangity-bang. Bang. 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 Alle. Bang. Gangity-bang. Gangity-bang. Bang. Gangity-bang. Gangity-bang. People whoops. Bang! Woah! Crush again! I'm Justin. This time I go. I won't tack it. I'll grow it. Oh, pfttt. der schnee liegt immer noch der schnee ist scheiße alles dreckig okay das war's dann auch mario verabschiedet sich ich jedenfalls wir sehen uns beim nächsten mal bis demnächst und tüdelö